Grüß dich lieber Philipp, Joshua hier aus der Bodies für den Haar, auch von meiner Seite noch das Feedback zu unserer einwöchentlichen Aktion, in der wir die Probetrainings mit deiner Hilfe gesammelt haben, mit der Aktion eine Woche VIP-Gratis-Pass. Erfahrungen aus Haar waren, wir hatten 40 Leads, davon terminiert haben wir 23. Davon erschienen sind aber am Ende des Tages tatsächlich 14. Wir müssen aber auch dazu sagen, dass wir die Erfahrung am Anfang gemacht haben, dass die Kamen dann doch eher, warum auch immer, desinteressiert oder sich es einfach nicht leisten konnten. Das eher so ein Probieren war und deswegen haben wir ab Tag 2, ab dem Dienstag circa immer eine Bestätigungs-Mail rausgeschrieben, wo auch schon unser Anmeldebogen im Anhang ging, einfach mit dem Hintergedanken, dass wir da schon so ein bisschen aussondieren können, wenn da jetzt schon jemand sieht, dass er sich einfach überhaupt nicht leisten kann, dass er das Probetrainings nicht wahrnimmt. Und so kam es dann auch, dass natürlich ein paar weniger gekommen sind. Die, die gekommen sind, waren dann aber qualitativ deutlich hochwertiger und so sind am Ende des Tages in der einen Woche drei Abschlüsse rausgekommen. Eine steht noch aus, also mit der Chance auf vier. Also das Feedback an alle kann ich wirklich nur geben. Sehr, sehr professionell, was ihr beide auf die Beine gestellt habt. Vielen lieben Dank für den Support und ich freue mich auch in Zukunft, weiter mit euch zusammenzuarbeiten. Liebe Grüße aus München. Servus!